Du kannst ihn auch Lord nennen. Ok wir sollen Sina einen Hase Lord nennen. Nennt ihn bitte weiter Hase. Hey ist mein Hase. Irgendeiner von euch atmet in sein Headset. Abgesehen davon können wir damit perfekt im Part starten. Mit Headset atmen. Mit Headset atmen. Ey Adrien wir können unsere Kasse gut kombinieren. Mach die mal bei Fenstern. Dann kann ich die Fenster mögen. Solange die keinen Sledge haben funktioniert das. Ja. Nur das Sledge sehr aufgepickt wird. Wer haut da grad sein Headset? Erstens finde ich das nicht okay da das diskriminiert ist. Und zweitens Marcel? Mh? Lässt du das bitte? Ich schlag immer mein Headset. Blödes scheiß Headset ist nicht richtig. Die Geisel muss gesichert werden. Okay nice. Ich glaube das wird die erste Runde seit lange die wir mal wieder aufnehmen können. Weil wir haben schon versucht das aufzunehmen. Aber ja da sind ein paar tolle Runden rausgekommen. Ja sehr tolle Runden rausgekommen. Nein wir haben mit dem Wappen mal gespielt. Da kam natürlich einmal raus da haben... Der nicht der Injiltemper und ich. Oh sorry. Seppi. Whisky. Julian. Jank. Ich hab's gesichert. Und Corby gezeigt hat. Ich halte sie frisse. Nein. Wir haben 6-7 verloren. Aber wir haben... Das ist schon eine kleine Demütigung wenn man 2-5 mal... Ähm. Ähm. Sind hier irgendwo Fenster? Adamann Fenster. Kannst du mir sagen wo du noch gemacht hast Arren? Boah. 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 Hey Adrian sag mal wo du deine Caster Dinge gemacht hast. Keine Ahnung, ich hab noch einen nur bei Stern der Tür. Warte komm mal zu mir. Ich mach hier noch eins hin. Na jetzt möchte ich den Sound drauf. Müsste Leute machen. Ja gut. Ähm. Doch nein. Ich wollte noch mal rausgehen. Versuch mal beides ein bisschen zu muten. Guter Test ob das funktioniert. Äh die haben das Fenster aufgemacht. Wo? Bei mir. Na. Da. punkte ja punkte ja ich möchte das ding einfach erschossen werden könnte er war hier in der tür seiner wissen ja da sind drei draußen aber war das der natürlich war das der an der tür ja das sind aber noch zwei na ja warte ich mach mal eben den sound lauter ja das sind noch zwei und eine hat mich erschossen aber ein hau ich bekommen ja gut was euch einfach mal nicht freuen die auf die schmeißen funktioniert das funktioniert sicher irgendwo gedronet hat ja mega funktioniert jetzt können die von der seite können mich jetzt nicht mehr ich weiß nicht bewegen die krimse tactics guck mal dahinten liege ich hinten im eck zufrieden nicht aggressiv spielen ach halt dein maul nur weil ich das übersage ich zeig dir mal nicht aggressiv spielen ich sage ich sage eine manie aggressiv spielen wenn man dann stirbt aber ja ich habe einfach mal bewiesen dass krimse der wusste dass ich kam da habe ich im whisky wenn man nicht wissen wenn man nicht krimse heißt was wenn man nicht krimse heißt soll man aggressiv spielen nein auch dafür es gibt machen wir direkt wieder oh nein und ein bitte bitte spiel nicht blackbeard bitte nicht nein aber ich möchte asozial sein ich will jetzt haben wir mal den gegner baden bist du mir leid das am blackbeard spielt ja wenigstens ist ja nicht im gegen 3 minuten für die gegner aber wir haben gewonnen ich sollte mich wieder am anfang umbringen lassen dass es ein fairer ist ja eigentlich müssen wir wirklich zwei von uns erwartet ist ein erdgeschoss habt ihr geisel hallo geisel hallo mein name ist krimsel ich werde dich retten wo ist die geisel hallo mein name auch hast du inspekt schützt oh ich bin toll aber da schießt auch was anderes wo bist du denn da dran aaaaaaah Marcel, gute Kamera. Fünf Sekunden bis zum Einsatz. Geisel in Sicht. Hallo! Okay, anderen, ich geh mit dir. Erstmal rein. So langsam. Du, man hört dich. Start mal auf. Nein, mit deinem Hammer. Alter, so brauchen wir Jahre. Wo ist denn der Krims leer? Weiß ich nicht. Super, dass ich gemuted bin. Ähm, abgesehen davon. Warte, ich mach was für den Scheid der Verk... Ja, erstmal in der Aufnahme muten, ne? Ja, nein, ich musste husten. Ich mute mich immer, wenn ich huste. Für ne halbe Stunde. Nein. Wie, wie ne halbe Stunde. Wie's wolltest du? Das war's dann Anfang der Runde. Ihr habt doch noch gehört, wie ich gesagt hab, ne Schweigeminute. Dann gleich mute. Da. Pass auf, ich werfe gleich ne Granate rein. Guck mal, wo ich bin. Oh, mich schießen die von der Seite schon ab. Lass mich gucken. Da. Ach du, du hast ne Kapkan-Falde. Wir sind schon drinnen droben. Ah, hallo. Der Schild wäre sehr fort. Pass auf Adrian, hinter dir. Schieß schon wieder nach. Ja, ich will nochmal ne Drohne reinschicken. Hab ihn. Okay. Ja, so steh ich gut mit dem Schild. Ja, ist gut. Hallo. Oh, ich bin nem Störer. Nice. Müssen wir nicht rein? Nein. Das ist ne Granate. Du bist unter der Campkan-Falle durch. Unter der Campkan-Falle durch. Ihr könnt mich nicht erschießen, die Noobs. Da ist einer. Oh nein. Ich hab den aber auf den Boden geschossen. Nimm noch die hinter dir vielleicht. Ich hab den die Kante auf den Boden geschossen. Da, da, auf der Treppe. Da ist er. Da, der kommt jetzt von hinten. Da, genau da. Was war das denn? Hey, die Gegner waren bad. Die waren bad. Guck mal, ich sag ihm noch. Der kommt jetzt von hinten. Guck mal, was will der machen? Boah, Blackbeet ist einfach so asozial. Er schreibt direkt, you are so bad. Wir sind halt einfach schlecht. Ja, aber wir haben 2-0. Los, Ruben, die Kasse, Mute-Kombo, oder auch nicht. Na, wir nehmen Tatsanka. 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 Dieser Moment, wenn Whisky die meisten Kills hat. Oh nein, sag bitte. Nein. Nein. Oh mein Gott, alter. Please report. Ja, da sieht jemand meine Blackbeard-Skills und will mich schon mal als Freund adden. Nein. Ich spielte Blackbeard. Warte. Das war ein richtig geiler Meme. Ich spielte Blackbeard, hat trotzdem verloren. Ich spielte Blackbeard. Ich spielte Blackbeard. Ich spielte Blackbeard. Mein Aim. Oh, mein Aim. Oh, Krimsel. Nicht mich abschießen. Oh, oh. Komstens. Ziele ich. Treppig. Könnt ihr bei mir hier Reinforced? Ich will mich auch bei mir mit dem Beschützer. Brauche ich hier bei Reinforced. Nein. Bitte danke. Und ein Granatenabwehrsystem. Leute. Bitte. Hört ihr mir zu? Nein. Wollt ihr Reinforcen ein Granatenabwehrsystem? Ah, ich muss hier raus. Tja, wenn ich sowas hätte. Komm, schnell raus. Achtung, die Gegner haben sich da unterhalten. Die Gegner haben sich da unterhalten. Hat jetzt gar keiner mehr Reinforced für mich? Nein, ich hab keine mehr. Irgendjemand? Ah ja doch. Wo willst du sie genau? Ja, hier in der Wand. Dann können sie auch nur von außen... Ja, dann musst du zur Seite gehen. Nein, muss ich eben nicht. Du bist genau an der Wand, wo es schon ist. Ich dachte immer, die Wand geht's noch. Ja genau, Jenny, mach das, mach das, mach das. Bist ein netter Junge. Der hinter mir aufsprengen, dann sagen... Hat jemand kurz Zeit, um auf die Kameras zu gehen? Äh, geht mir kurz in die Kameras, Leute. Ich kann nicht. Ich muss sonst geschützt. Oh, auf einmal haben sie ja noch alle Wände hier, Whisky. Das wär schon fast jeder Grund, dich zu erschießen, ne? Da sind sie, da haben sie aufgemacht. Whisky, du gehst in meinem Schussfeld, verpiss dich! Na, was soll ich denn tun? Bleib gedurkt, wenn du dich hinstellst, dann schieß ich dich. Hab jemanden angeschossen. Äh, darf ich noch wegrennen? Ist das eine Option? Oh Mann, Alter, Whisky! Ich... Ich... Du lenkst... Du lenkst einen tierisch ab mit deinem Rumgenube. Jetzt, Whisky! Los! Oh, Whisky! Nein! Hat mich vorher umgebracht von der Seite. Boah, das war das schlechteste Nitro-Endy, was ich je gesehen hab, ne? Ja. Blackbird! Der ist dort. Ja, der hat mich vorher umgebracht, bevor ich es zünden konnte. Da kommt noch mehr, oder? Ja, shit. Ich geh an die Kameras. Bei den Kameras ist leider nichts zu sehen. Hat noch einen Injured. Ash ist dort. Denk er gut. Du gehst jetzt nach draußen, ne? Nice. Oh, da ist ein Glas am Fenster. Marcel. In welchem Fenster? Du solltest gucken, du solltest gucken, du solltest gucken, guck mehr, guck mehr, genau, guck noch mehr, ja, ja, genau, geh noch näher ans Fenster, zeig nochmal deinen Kopf. Adrian macht das gleiche wie Krimselfeuer. Bist der Typ. Die anderen kamen auf mich gerichtet, die wussten, dass ich da bin. Wir können jetzt langsam spielen. Oh, man, boah, du hattest dich einmal getroffen, was? Der ist alleine. Ja, der hat das Blut von meinem Blut, der überlebt sowas auch. Was? War auch kein Zitat, oder? Kein bisschen. Einfach nicht rausgucken, erst wenn er reinkommt, dann schießen wir. Er ist der Angreifer. Bin aber töten. Nein. Ich hoffe, ich erschieß dich. Nein, Spaß. Also, wenn du rausgehst, um in Lebensgefahr zu gehen, erschießt er dich. Der natürliche Lebensgefahr geht. Das macht Sinn. Nice idea. Oh shit, Julian ist online. Bitte lass ihn nicht testkommen, dann ist die Aufnahme für den Arsch. Wer will schon Julian in Aufnahme? Ja, ich nicht, also. Das ist halt leider das Rolldick. Ja, schon schön genug, dass du immer dabei bist. Ich sehe immer Vorgängster. Ich glaube, wir tauschen nicht die nächste Runde aus. Was? Gegen Julian? Mit Julian. Ja, herzlichen Glückwunsch. Crip Game. Ja. Oh nein. Oh, you're so bad. Oh, das geht's. Oh, doch. Oh, Alter. Das ist zu blöd. Easy win. Ich muss zurückkontern. Ich muss zurückkontern. Ist ja schon vorbei hier. Ja, nice, ne? Und ich bin nicht mehr der Beste. Das ist die Aufnahme für den Arsch. Quill, quill, cut. Ja, das kannst du ja irgendwie rausschneiden, oder? Wir können das nicht hochlachen. Ja, das schneide ich raus. Okay, Leute. Ich habe natürlich, das hat euch wie immer gefallen. Mal mit zwei neuen Gästen. Die sind ja relativ gut. Sie merken zwar Cloud9, aber was soll man dagegen tun? Und spielen Blackbird. Ich würde auf jeden Fall... Ja, sie spielen Blackbird. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal, wenn es heißt, wie es gesagt, Blackbird als ein Vogel ist. Ciao, Leute. Genau. Ciao, Leute. Ciao, Leute.